Hallo ihr lieben YouTube-Fans, heute was in eigener Sache und zwar ein wenig Strukturumbau. Das heißt, in Zukunft werde ich alle Fragen zu meinen Themen, zu meinen Videoclips immer nur freitags beantworten können. Aus einem einfachen Grund, ich verbringe natürlich sehr viel Zeit mit Social Network und das ist natürlich auch sehr zeitintensiv. Aber wie ihr wisst, müssen wir natürlich auch ein kleines wenig dafür sorgen, dass meine Kunden entsprechend mit Trainingsplanung, Ernährungsplanung und Perlstraining versorgt sind. Und somit kann ich nicht mehr allzu viel Zeit verschwenden mit zu viel Social Network. Das heißt, in Zukunft habe ich nur noch Zeit freitags eure Fragen zu beantworten und es werden auch nur noch Fragen beantwortet, die nicht schon mal beantwortet wurden. In der Regel sind in jedem Videoclip zig verschiedene Antworten, manche sind da ein bisschen zu faul nachzulesen und zu gucken, dass es da schon eine Antwort gibt und fragen dann zwei, drei, viermal ineinander das gleiche. Das werde ich in Zukunft nicht mehr beantworten bzw. ich habe nicht mehr die Zeit, diese Fragen so zu beantworten. Spezifische Fragen kann ich auch nicht beantworten aus einem ganz einfachen Grund, weil ich da eine Vielzahl von Daten benötige, um natürlich einer Person eine spezifische Aussage zu machen. Ich bemühe mich weiterhin aktuell zu bleiben, weiterhin euch mit neuesten Clips zu versorgen, aber alles im Rahmen meiner Möglichkeiten. Somit bedanke ich mich schon mal für euer Verständnis und hoffe, bald wieder von euch was zu hören. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, deine Fitness, meine Aufgabe.